Mein Name ist Walter Merkel. Ich engagiere mich im ehrenamtlichen Bereich Unterstützung von älteren Leuten bei Alltagsdingen. Da gehört Einkaufen dazu, ein bisschen in der Wohnung vielleicht mal mithelfen, eine Begleitung zum Arzt, Kleinigkeiten erledigen, vielleicht Papierkram und solche Dinge. Für mich ist das eigentlich eine willkommene Abwechslung. Es macht immer Spaß und es ist vor allem eine sinnvolle Aufgabe. Man sieht gleich den Erfolg und bei den Leuten wird es total gut aufgenommen. Also es ist nicht so, dass man irgendwo stumpf irgendwo was vor sich hin arbeitet und das Arbeitsergebnis ist dann eigentlich an dem Ende des Tages nicht erkennbar, sondern das ist sofort spürbar und erkennbar. Und das macht eigentlich den Unterschied aus vielleicht zu anderen Tätigkeiten. Ja, ich kann nur sagen, dass ich die erste Dame, die ich hatte, bis vor drei Monaten hatte und dann ist sie eigentlich zu ihrer Tochter rausgezogen Richtung Fürstenfeldbruck und hat jetzt da mehr so eine Tagespflege bekommen. Und die hatte ich eigentlich von Anfang an. Das war meine allererste und jetzt meine vorletzte, davor vorletzte Dame, die ich betreut habe. Und da hat sich so ein zwischenmenschlich hervorragendes Verhältnis aufgebaut. So ein alter Mama-Ersatz, weil meine Mutter ist schon länger gestorben und die war ähnlich alt. Und es war halt einfach immer wieder toll, wenn in ihr zusammen waren oder wenn ich was gemacht habe für sie. Was mir gefällt hier ist die, ja diese familiäre, nette Art, mit der alle inklusive vom Chef angefangen natürlich, bis alle Helfer, Festangestellten hier im Büro, bis zu den Ehrenamtlichen, die man hier trifft, sei es bei einer Weihnachtsfeier oder sei es mal beim Biergarten, ist die herzliche Art, wie hier umgegangen wird, wie man miteinander umgeht. Das ist einmalig. Mehr gibt es nicht zu sagen. Macht mit. Mit uns macht helfen Freude.